Hallo Leute, Trimax hier. Heute gibt es eine weitere Folge Random Squats mit Chef Strobl. Hallo. Kami. Hallo. Das geht Kami. Wo sind Sie, Mann? Oh, geil. Wo bin ich? Ah, chillig. Du auch, oder was? Ja, er heißt Babyspeck, also müsste dann auch deutsch sein. 100 Euro für den Win. Wie, jetzt wirklich? Na klar. Okay, hier landet ein Team, zwei Teams glaube ich. Ja, okay, ihr seid echt nicht, ich kriege die ganze Zeit Freundschafts-Anfragen. Ich habe einen Daumen. Von Nades angegriffen, zwei Spieler bei mir. Ich muss den Max helfen. Triple Kill, Triple Kill. Hier sind noch mehr, ich brauche Hilfe. Chef Strobl, wir landen immer hier! Wie kann man es nicht checken? Oh, ich bin so sauer, Chef Strobl. Nein, ich habe dir gesagt, du musst... Immer hier! Ich habe dir gesagt, du musst mir pingern. Vierfach Kill. Okay, es müssen noch zwei Down sein. Wo sind die? Einer ist hier, den finisht gut. Sauber. Ja, ich sehe den Rat. Und vier, let's go. Vier Kills. Chef Strobl, wir landen immer hier, Chef Strobl. Immer hier. Nein, nein. Komm mal her, Max. Nice, ich bin im Carry. Oh! Warte, komm mal zurück, komm mal zurück. Nee, nee. Der Pusht. White. White. Minus 50. Ich habe ihn fünf Kills. Willst du den Granatenwerfer, Max? Nee, den hast du nicht. Schütze. White. Down. Noch einer rechts. Hebrick. Wow. Was ist das? Habt ihr den? Tot? Ivan ja ass, oder? Nehmt genug Holz mit, ne? Wir sind ja nicht in der Arena. Danke. Ja, Max, kommst du kurz, dass wir Splashen können? Ich bin nicht mit euch beiden Splashen unterwegs. Okay, let's go. Das ist doch super. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst kommen die Streamsniper. Immer weiter bewegen. Wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Herr Strobl, wo kommst du nochmal her? Bavü. Bavü. Er kommt aus Bavü, sagt der immer. Bavü. Einen Württemberg. Ja, guck, was für eine Scheiße ist. Das kennt keiner. Ich hab das in WhatsApp geschrieben und Max war sehr sauer, dass ich Bavü geschrieben habe. Ja, Bavü, alter. Ja, als ob ich Baden-Württemberg ausschreibt. Was ist das denn? Das war ein heiß, ja? Ja, aber Bavü? Dann hab ich geschrieben, ich komme aus Scho. Das war auch scheiße. 90er Hit, 90er Hit. Gesnappt hab ich ihn. Nicht zu sehr pushen, Chef Strobl, ne? Ich dachte, du willst ihn pushen, wenn du den 90er gegeben hast. Ja, nicht zu sehr. Langsam, langsam. Immer zusammenbleiben. Wölfe. Babyspeck wird von Wölfen angegriffen. Haben wir das Leben gerettet. Dankeschön. Kein Problem, dafür bin ich da. Oh, Babyspeck wird von Wildschwein angegriffen. Wir haben zwei Schildpilze reingedampft. Könnt mich ganz herzlich helfen? Ballern. Was ist die Dreckswildschweine? Nein, wir werden pushen. Schade. Eine 90er. Mit 23. Wirds eigentlich so Headshot snipen. Kommt überhaupt an. Ne, muss müssen wir da schießen. Eine Nate drinne. Der ist low, der ist low, der ist low. Der ist G-Crack. Hinter uns kommt ein Spider-Mail-Team hinter uns. Wir sind tot, wir sind tot. One-Shot, one-Shot, one-Shot. Hab keine Heilung, hab keine Heilung. 15 AP. Ne, wird nicht. Das. Das ist das andere Team. Der hat sich von beiden Seiten gepuscht. Witzig. Ach so, hä? Wo kam er denn her? Okay. And then low. Runter. Ey, war trotzdem geil mit dir zu zocken, Babyspeck. Ciao, ciao. Und schönes Team noch. Hallo. 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 Moin. So. Wo geht's hin? Wir sind Chef Strobel und Trimax. Kannst du uns hören? Super. Wo wollen wir landen? 50 Euro, wenn wir die Runde gewinnen. Bist du dabei? Sag ich nicht nein. Hebelarm-Lover, was heißt das? Ist Luke dein Mate? Wie gut bist du von 1 bis 10? Wie alt bist du? Alter, das ist hier einfach ein Verhör. 13. Oh, du klingst viel älter. Aber down. Oh Bro, wie viele Leute sind denn hier? Oh Bro, ich bin Chef Strobel. Ich muss mich schon mal für Chef Strobel entschuldigen. Der spielt nur noch Valorant und kann das Spiel nicht. Er kommt gleich mit seinem Valor-Aim um die Ecke und ballert alles daneben. Wir müssen die Scheiße hier gewinnen. Ist das klar? Wir haben noch keinen Win heute. Das nervt. Schaffen wir schon. Mehr ist da einer. Zwei. Hab einen. Hab einen. Insane. Komm mal rein. Jetzt noch einmal. Komm mal rein. Alle tot? Aber man kann ja auch rutschen. Slide nennt man das Opfer. Hey du mir leid. Ist das geil. Hier ist eine super Waffe. Nehmt ihr euch? Ich hab hier diese geisteskranken Metallwände. Guck mal. Ja. Hä? Was? Strobel. Du bist Fortnite FNCS Pro. Ey, warte mal. Ist das ein Lama? Ah, der ist ein Huhn. Peinlich. Okay, mach die Saufdinger. Hebelarm kannst du dich ein bisschen lauter machen? Bei mir ist der cool. Hebelarm lass dich nicht von ihm einfließen. Er ist ein bisschen leiser bei mir. Der ist nur neidisch, Hebelarm. Hör nicht auf ihn. Ich hab ne Saufpackungsrunde für uns alle. Wie heißt da mal diese kleinen Trinkkästchen von früher? Und Orange. Oh, oh. Er wird angegriffen. Hart kassiert. Hier ist ein Team. Mach kurz Aimbot Action. Hab ihn. Er ist tot. Nice. Achso, Strobel. Du musst wissen, ich bin richtig krass geworden in Fortnite. Das hab ich ja gar nicht gesagt. Ja, ja. Bin ich mal gespannt. Hier ist ein Quads. Scheiße. Der hat mich angefahren. Wo ist der? Neben mir. Ja, da kommt noch ein Quad. Ja. Der hat er hoch gerammt. Scheiße. Was ist das für ne Waffe? Ah, ich bin dead. Gigasweat. Also der ist ja so abartig. Oh Gott. Alter, Hebel ist gut. Alles doch gesagt. Turbosweat. Stimmt's? Der hat uns alle vier getötet. Schade. Ey, aber Hebelarm Lover. War geil mit dir zu zocken. Und tschö tschö. Unglaublich. Unglaublich. Hallo. Hallo. Moin. Moin, Moin. Moin, Bigspin. Hi, Max. Seid ihr Mates? Seid ihr gleich alt? Warum lachtest du den Strubbel? Ja, hört sich lustig an. Okay. So, Leute. 50 Euro, wenn wir die Runde gewinnen. Seid ihr dabei oder nicht? Ehre, Max. Gut. Und der andere? Okay. Ja, 50 Euro pro Nase, wenn wir die Runde gewinnen? Mhm. Cool. Wie gut seid ihr beide von eins bis zehn? Ja, fünf. Sechs, sieben, so geschätzt würde ich sagen. Sechs, sieben, cool. Und der andere? Fünf. Für Chef und dich wird's reichen. Das ist geil. Wie alt seid ihr? Ich bin 27. Ich bin elf. Elf? Ja. Okay, krass. Seid ihr die Zuschauer von Max? Ja. Oh mein Gott. Was denn? Oh mein Gott, was ist? Über dir ist einer der Strubbel. Ich habe ihn ein Zwanziger gegeben ins Shield. One HP. Du oder er? Ja. Er one-pump mich. Witzig. Mit einer HP. DJ Philips 19 mit einer HP. Er wacke one-pump. An Laco. An Laco. Wer hört da Musik im Hintergrund? Wollen wir die Musik im Hintergrund ausmachen? Apa. Mh. Sechs, sie sollt. Wow, 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 wow. Er war one-pump von so einem Kelp. Ich wurde gesnappt. Wie heißt du? Wie soll ich dich nennen? Du kannst mich Enes nennen. Genes, okay. Roder, landet einer bei euch? Ja schon wieder, ey. Ich schaue hier. Der Strubbel spielt die Ass. Oh Gott, ist das dumm. Oh, ist dieses Game dumm. Warum, ne? Weil du gestorben bist? Ja. Der Strubbel spielt die Ass. Alles fehlt, ne? Der kommt wieder mit diesen komischen Spiderman-Handschuhen. Du hörst das einfach nicht, weil der auf dir landet. Boom. Ich hab auch nur ne Pistole, ne? Das ist halt bisschen Ass. Tod. Alter, von beiden Seiten. Oh Mann. Das ist ein Albtraum. Oh, sauber. Da, kleiner Mann. Alter. Nur noch Enes lebt? Mhm. Sicher, dass du elf bist? Ja. Die Resonänder. Gold ist SM3, das ist geil. Ja, ich bin das. Hinter dir noch einer. Hinter dir? Alter. Der ist der beste Elfjährige der Welt. Oh Gott, der ist wohl. Ist SMG geladen? Was? Was? Ein Smallway. Wer hat jetzt alle Karten holt? Nee, noch eine. Fuck, 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 fuck. Was? Noch ein Gegner? Ja, da ist noch jemand. Ja, aber du hast ja drin auch Heel. Das hast du gesehen, ne? Und dann ist auch Heel. Da, wo du die Leute geholt hast. Da waren Minions und Medikett. Der ist doch nicht elf, Mann. Ja, die kommen pushen. Ist das nochmal ein Team, oder was? Ja. Ja, ich glaub schon. Naja, aber ich höre. Naja, man. Ach, die ist nicht. Alter, halt's den Maul. Hast du auch einen Medi, den du nehmen kannst? Digga, ist doch hier ein Prank, oder nicht? Alter. What the fuck? Das war unfassbar gut. Schönen Abend, euch noch Männer. Jo, gleichfalls. Ey, Enes, unfassbar gut gespielt, ja? Digga, wie gut war der? Halt's den Maul. Der Stoß, der war besser als du. Digga, der war elf. Das könnte dein scheiß Sohn sein, der dich in Fortnite holt. Holy shit.